Lastenräder schleppen viel weg und sie sind dabei leise und sauber. Auf die Art und Weise helfen sie uns Augsburg noch ein bisschen lebenswerter zu machen. Damit du dein Fahrzeug auch öfter stehen lassen kannst, unterstützt dich jetzt die Stadt beim Kauf eines Lastenrads. Für uns als Logistiker ist es das Wichtigste, schnell in der Stadt von A nach B zu kommen. Deshalb ist das Lastenrad die beste Lösung für uns. Wir sind ein Malerbetrieb in Augsburg-Stadtmitte und wir fahren direkt von Haustür zu Haustür zu unseren Kunden ohne Parkplatzsuche und ohne viel Zeitaufwand. Für mich ist es genial, dass ich die Kinder auf eine umweltfreundliche Weise von A nach B transportieren kann. Wir haben uns überlegt ein zweites Auto zu kaufen und haben uns dann für die Variante Lastenfahrrad entschieden. Und wenn auch du dich jetzt fragst, wie du zu deinem Lastenrad kommst und es gerne fördern möchtest, dann ist es denkbar einfach. Geh zu deinem Laden und lass dir ein personalisiertes Angebot geben. Das kannst du dann online unter augsburg.de slash Lastenrad hochladen. Dort gibt es auch noch weitere Informationen zur Förderung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.